Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist. In der letzten Folge haben wir ein bisschen lange gebraucht für die Leute, aber wenigstens ist uns nichts passiert. Jetzt geht's erstmal, kann ich hier Licht ausschalten? Natürlich war da der Lichtschalter. Licht aus. Öh, Licht an. Licht aus. Und in 80 Direkt sieht man gar nichts, es ist ja sehr hell hier noch. Okay, unser Punkt ist 38 Meter entfernt. Werden wir mal langsam aber sicher hingehen. Mal Treppen steigern. Ach, müssen wir nach draußen oder was? Ich möchte aber nicht. Okay, ich krieg keine neue Deckung, also rein. Ist hier sonst noch irgendwo etwas? Scheiß Lampe. Über die Straßen von Benghazi. Ich möchte nicht über die Straßen gehen, ich hasse Straßen. Okay, rüber. Okay, rein können wir. Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Ja, da ist einer. Ich werde die Türen zur Sicherheit auch mal schließen. Sicher ist sicher. Okay, weiter geht's. Hier geht's in die Tür, okay. Ach so, hier kommen wir gar nicht lang. Da müssen wir ja irgendwo anders lang. Sam kann ja klettern, glaube ich. Sam, der ist ja der Kletterprofi. Okay, ist hier irgendwo etwas, aber wir können uns, glaube ich, über die Dächer fortbilden. Na, was denn da unten? Ist das ein Zivilist? Ich hoffe, dass es ein Zivilist ist. Wachhunde? Ach du heil, liebe Scheiße. Da ist ein Wachhund. Nein. Lass mich in Ruhe, du Drecksgötter. Oh, du Dreckshund. Scheiß Köter. Eigentlich bin ich ja kein Hundekiller, aber... Alter, der wollte hier gerade die Wand hochklettern. Was ist das denn für ein Spezialhund? Das gibt's auch nur in Benghazi, glaube ich. Ich glaube, jetzt bin ich sicher. Und kann eine Etage tiefer. Vorsicht, Sam, die Polizeistation ist gleich um die Ecke. Verstanden. Riggs, Statusbericht. Bin fast da. Hab ein Dach 200 Meter südlich der Polizeistation ausgemacht. Mit Blick auf das Gelände und die Straße. Ach du heilige Scheiße. Ich glaube, da kommen welche. Munition erstmal auffüllen. Okay. Scheiß Stuhl. Okay, Sam versucht's am helllichten Tag. Da ist ein Hund. Da ist ein Hund. Und da sind zwei Gegner. Scheiß die Wand an. Das wird jetzt hier ganz schön bitter. Der hat mich nicht gesehen. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, Hundi. Nein, Hundi. Nein, Hundi. Oh, oh. Scheiße. Okay. Fuck, fuck, fuck. Ich renne und renne und ich versuche zu rennen. Aber ich weiß noch gar nicht genau wirklich, wohin. Ist doch voll aneinanderfahren. Da werft doch ja keine Granate hin. Okay, der Wachhund ist schon mal ausgeschaltet. Die sind ja verdammt mies, die Viecher. Also, kommt her, kommt her. Nummer eins. Nummer eins. Scheiße. Okay. Das sah doch schon mal einigermaßen besser aus. Die Leichen, soll ich die hier liegen lassen? Ich lasse die hier liegen. Scheiß der Hund drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Und er haut ab. Er haut ab. Okay. Und langsam anpirschen an die ganze Situation. Okay, jetzt kein... Ich darf mir jetzt keinen Fehler erlauben. Okay, wenn einer kommt, ist es nicht ganz so schlimm. Den kann ich auch... rüberziehen. Ich glaube, aber der kommt nicht. Oder? Pst. Schuh. War wohl nichts. Pst. Nicht. Okay, 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 okay. Boah, ist das Spiel geil. Sehr viele Gegner hier noch. Ich könnte am besten... Ah, ich könnte eventuell hinten rum gehen. Oh Mann. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Ich sehe euch die ganze Zeit. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Eins, zwei. Drei. Okay, okay, okay. Scheiße. Das war mal wieder ein bisschen sehr laut gewesen, aber... haben es ja geschafft. Okay, Munition nachgeladen. Okay, wir müssen, glaube ich, wieder nach drinnen. Ich hoffe mal, ich werde hier nicht mehr gesehen von irgendwen. Das waren, glaube ich, alle. Ja, das waren alle. Boah, was eine geile Musik. Die rockt ja mal richtig. Okay, weiter geht's. Okay. Okay, weiter geht's. Und ich werde hier mal einen kleinen Break setzen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Splinter Cell Blacklist.